Hey ho und herzlich willkommen zu einer Ankündigung bezüglich des Kaizo-Marathons, den ich schon vor den Ferien angekündigt hatte, aber bis jetzt immer noch nicht eingehalten habe, weil ich einfach irgendwie nicht die Zeit dafür gefunden habe. Ja, meine Ferien sind irgendwie derbe durchgeplant gewesen, das tut mir einerseits natürlich leid, aber zum Glück habe ich es noch irgendwie jetzt einrichten können und zwar werden wir den Kaizo-Marathon am Freitag, den 13. April abhalten und zwar werde ich damit um 1 Uhr anfangen und damit ihr auch mitschauen könnt, habe ich es geschafft einen Livestream einzurichten. Ich hoffe, dass ihr dann auch nicht den Geist aufgibt oder so, dass das alles funktioniert, aber auf jeden Fall beim Test hat es funktioniert und ja, ihr könnt dann gerne dem Ganzen beiwohnen, ansonsten ich werde es auch aufnehmen, das heißt für diejenigen, die da keine Zeit haben werden, ihr könnt es euch auch dann im Nachhinein ansehen. Ähm, ja, also wie gesagt, ich werde so gegen 1 anfangen am Freitag und Ende ist nach oben offen, ich weiß es noch nicht, wann wir dann aufhören werden tatsächlich, vielleicht habe ich vorher auch schon keine Lust mehr, bis 8 Uhr werden wir auf jeden Fall zocken, also 7 Stunden sind drin und das wird sau lustig. Ich hoffe, dass sich ein paar Leute finden werden, die dann auch dem Livestream irgendwie beiwohnen werden und ja, zahlreich so ein bisschen mitfiebern werden. Ansonsten macht's gut, bis dahin oder bis in den Videos, je nachdem. Ciao!